Ich lese in Deutsch weiß Kircherisch, das ist ein etwas schwieriger Dialekt wahrscheinlich. Haken, vierchen, straken, lachen, das alles in ihrem Dach. Sicher war auch noch das Fahrrad, Busen, Höhlen, Schee und Schwein, das alles muss versorgen sein. Auch das passt noch in diesem ihren Dach. Niemand steht, ach, ach, nicht vergessen. Da arbeitet der Büro, kommt nach der Zeit zu diesem ihren Dach. Von Depressionen oder Stress haben wir damals nicht gewusst. Der Zett in Südbeirchen war ausgemotlich. Der Seil kann nicht abheutmen. Der Stand der Zett so deutlich verschwinden, auch der nicht wenig. Der Zett in Deutsch lernt, es nehmen wir sie lern. Es scheint, als wäre es eine Kirche geworden. Was schaffen wir neu an ihrem ganzen Dach? Abstehen, an der Arbeit gehen oder fahren. Auch zusammenstanden, es ist der Devies. Der Neue ist total erschlen. Wir können heute in der Küche kochen. Auch noch erst die Unterricht machen. Er stöhnt. Oje, oje. Das schafft er und ihren ganzen Tag. Schnäuel, es hat der Zifferwurt. A dem hat er gemütlich geholfen. Termine, Termine. Sein H-Programm. Alles frag ich mich, woran? Woran? Er ist der Wander, wo noch süßig wird. An dieser turbulenten Zeit. Er schenkt der Stand trotzig Schnäueler. Ha, am Deutsch lernt. Aber der Stand der Zeit zertreut sich für Schulden. Auch der nicht ohne. Danke.